Ich denke immer, wenn die Aussage kommt, Software ist leicht änderbar, irgendwann ist mal der Untertitel weggefallen, wenn es richtig konstruiert ist. Software, na gut, das können Sie mal ändern. Aber dass Sie es ändern können und sich noch darauf verlassen können, das erfolgt, Sie haben angesprochen, Serviceorientierung, das erfordert reguläre Strukturen. Da sind wir heute in der Praxis noch weit davon entfernt. Aber ich warne davor, diesen Zustand zu lassen, wenn wir in die nächste Komplexitätsebene, nämlich dieser Smart Ökosystems gehen. Das heißt, die Dynamik und lange Lebenszeit erfordern einen hohen Grad an Komplexitätsbeherrschung. Und das ist nur möglich, wenn ich reguläre Strukturen aufbaue. Also eigentlich nichts Neues, etwas, was ich seit 25 Jahren predige, aber auch in die Praxis einführe. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, wo die Systeme so komplex sind, dass es keine Option mehr ist, sondern eine notwendige Voraussetzung. Wir haben hier auch offene Architekturen, vielleicht hier nur ganz kurz Interoperabilität. Das ist ein Riesenthema auch in diesem Softwarecluster. Und zwar Interoperabilität, sodass ich auch, wenn ich was zusammenstecke, hinterher Quality of Service garantieren kann. Das erfordert enorme Ansätze, was wir hier Design für Interoperabilität nennen. Unsicherheit. Die Systeme laufen nicht isoliert und adaptieren sich während der Laufzeit. Das hat damit zu tun, dass ich Kontext erkennen kann. Natürlich machen wir, das haben auch einige erwähnt, sehr viel mit Simulation. Das ist die einzige Möglichkeit, Vorhersagen zu machen. Aber Lösungen für solche Systeme, also wie erlaube ich Variabilität und garantiere was, haben wir im Moment zwei Ansätze, die wir in der Praxis auch umsetzen. Das eine ist, ich erlaube nur Wechsel zwischen vordefinierten Varianten. Das heißt nichts anderes als Produktlinien zur Laufzeit. Also im Automobilbereich gibt es das vielfältig, dass für gewisse Geräte, wenn die erkennen, Sensor fällt aus, sie umkonfigurieren. Aber die umkonfigurieren nur um in Kontexten, wo sie immer noch wissen, die notwendige Quality of Service oder Garantie ist erfüllt. Ich nenne das immer begrenzte Variabilität. Das andere heißt etwas, wir nennen das Software Cages. Wir haben einen Ansatz entwickelt. Firewall ist sozusagen die Sicht zwischen In-House, Out-of-House. Wir machen das um alle Komponenten, wo wir nicht sicher sind, ob sie korrekt funktionieren, zum Teil auch extern importierte Komponenten und um Teil Funktionen, wo wir wissen, wenn die nicht erfüllt ist, hat es negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Jetzt sind diese Software Cages sehr elementar konstruiert, weil die müssen einfach sein, sonst haben sie dort natürlich dasselbe Risiko auf Korrektheit wie im Rest des Systems. Aber wir bauen eigentlich etwas, was wir aus der Robotik gelernt haben. Das wissen Sie bei jedem Roboter, Industrieroboter, haben Sie normalerweise so ein H-Fens außenrum. Warum? Damit der nicht mal aus Versehen jemanden umbringt. Das heißt ja nichts anderes, wir sind nicht so ganz sicher, ob er funktioniert. Es könnte mal was schief gehen. Wenn das bei den Systemen im Softwarebereich funktioniert, haben wir im Prinzip dasselbe Modell adaptiert. Und das ist etwas, was wir im Moment gerade in dem Bereich mit John Deere einsetzen, weil die Systeme sind einfach so komplex und die Elemente, die Teilsysteme, die wir von außen importieren, so unbekannt zum Teil, dass wir uns einfach auf solche Dinge zurückziehen müssen. Safety, Security, ich habe mir schon immer mal gewünscht, wenn ein Porsche neben mir fährt, dass ich mir 50 PS mehr runterladen kann und dann vorbeifahren kann. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber das sind natürlich auch solche Ideen, die dahin gehen. Aber ich glaube, das was wichtig ist, wir brauchen integrierte Modelle, Security, Safety und hier sind wir wirklich in einem Forschungsbereich. Ich habe es vorhin angedeutet, weil eben Security nicht so leicht quantifizierbar ist. Aber das Endergebnis, was aus dem vernetzten System rauskommt, das müssen wir quantifizieren aufgrund von Zertifizierungsrichtlinien in verschiedenen Bereichen. Automobil, Luftfahrt, egal wo. Und auch hier erreichen wir das im Moment eigentlich nur, indem wir sozusagen über die Software-Cages mögliche Security-Fehler einkapseln und sicherstellen, dass da nichts Falsches passiert. Also ähnliche Technologie, um ein etwas anderes System zu erreichen. Also ähnliche Technologie, um ein etwas anderes System zu erreichen.